so jetzt habe ich jedoch so lange rum geeiert bis es happy hour geworden ist und ich werde jetzt einfach mal mein glück versuchen und hier noch ein pack ziehen so fangen wir mal an gold pack homo pack ja damit so als kleinen bonus noch mal aber das war nichts oder wollen wir mal schauen wenn wir gezogen haben wir haben gezogen fuchs hammer ein hoch auf fuchs und auf die anderen kollegen und ihr seht hier ich habe verträge und fitnesskarten wieder gezogen formations karten schade schade schokolade wir speichern mal hier den ganzen kram und das war's vom bonus ich sage tschüss und bis bald